Oho Nein Okay Das hier sieht doch sehr interessant aus Und ich irre mich sogar nicht Mal sehen was jetzt passiert Aha Oh ja sieht sehr gut aus Heads up Ja man Äh was laberst du Okay das war jetzt echt sehr sehr leicht Das war jetzt eigentlich Zübertrieben leicht Und das Kaiserreich wartet auf eine Tracht Prügel Naja die Roten haben ihre Reittiere endlich So tragen wir lassen wir das Die Blauen aber dafür Dafür holen wir uns sogar noch 5 Blaue Boah ey scheiß Kamera Sprich 3 Davon holen wir uns einen Ja wir sind ja so klar Dass davon einer gehen muss Der wieder kein Reittier hat Okay Wir machen uns mal ganz so das So und wir schicken nochmal alle Roten weg Und holen uns jetzt dafür dann nur 10 Stück So Und die lassen wir jetzt da drauf Ich mag das nicht wenn da so ohne alles welche rumbrennen Ja ich will jetzt zwar alle Nur es bewegen sich nicht alle Ja das Rüstungsding Da können sie anscheinend nicht mehr aufnehmen Okay Juhu Die Roten haben ihre Reittiere Lass die Roten aufsteigen Und die Salamander über die Rampe ausschwärmen Das war jetzt etwas leichter dann Was ich jetzt jetzt echt nicht genutzt habe Dass der Typ jetzt an sich so leicht ist Aber in Ordnung Sie brechen durch Beeilung Lasst sie nicht ins Heiligtummeister Verwendet eure Salamander für die Rampe Und haltet sie Bewegung So können sie die Soldaten in Brand setzen Ohne selbst verletzt zu werden Schöner Flammenangriff Ja auf jeden Fall Nein 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 Lauft, lauft Lauft Ja komm den einen da Wiederbeleben könnt ihr auch noch machen Die zwei sogar Und zwar noch hab ich jetzt echt nicht gesehen Alter was ist Warum sind die jetzt da um tot Die kommen nicht so hoch Overlord Du machst mir das dem echt Schöner Fettkart mal ein Wir haben den Schreingang Alter 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 Wohin soll ich gehen Wohin soll ich gehen Alter ey Da hinten King mit neuen Scherken Nein Soll erst mal wiederbelebt werden Mit ihren Scheißbomben Die gehen mir tierisch auf den Sarg Sollte erst mal auf sein feines Flammentier gehen Oder die besser gesagt Alter Kamera Ich dreh dich dahin Du drehst dich nicht andere Richtung Komprende Geht mir erst mit der Kamera auf den Sack So ein paar neue Scherken haben wir auch dabei Laki ist auch wieder voll So Letzte Schrein Was habt ihr mit dem Turmherz gemacht Herr Ihr müsst es zum Schrein bringen Zeigt jetzt den Kristall Euren Verderbheitszauber So das Turmherz ist jetzt sofort aufgeladen Das war der letzte Schrein Irgendwie scheint es aber noch immer nicht genügend Bett Zu haben Ihr gebt euch schnellstmöglichst zurück zu unserer kleinen Königin Vielleicht veranlasst sie das Eindringen des Kaiserreichs ja dazu Noch ein wenig mehr von ihrem Heiligtum zu opfern Ja Los Wir wollten es weiterhin aus So wie es ein böser Lord tut Geht mit dir ein Scheißbomben Die gehen mir sowas schon auf den Sack Wir kommen einfach mal mit Geil zur Sicherheit Eure Mahnerreserven wurden erweitert So wir müssen wieder unten links hin Sprich den ganzen Mega nicht zurück Wobei das jetzt nicht allzu schwer Nein das glauben wir natürlich nicht Die Kamera hat sich gerade nach rechts gelegt Das war nicht ich Ja weil hier nämlich Das Kaiserreich auf uns wartet Ja das sind gerade keine Gegner zum Glück für uns So ich meine Schrein nehmen wir jetzt auch noch mit Dann sind wir auch wieder vollzählig rein Zufällig auch Das hat damit nichts zu tun Ich schwöre es 19 Waaaaaah Rot haben wir gerade dabei Die mit ihren nervigen Bomben Die gehen mir sowas schon damit auf den Nerv So Wir laufen hier weiter Hier haben wir auch noch einen Außenposten Von dem ich jetzt gerade ehrlich gesagt nichts weiß Aber hier können wir auch noch ein paar Drei Schergen wieder mit Salamandern ausstatten Ich will sie die ganze Zeit drachen nennen Es sind aber Salamander So als jedenfalls darstellen So und ich wusste auch hier waren wir noch nicht Und der hier ist neu der Posten Aber in Ordnung Neu heißt ja nicht immer schlecht Man hat mal gesagt nur ist immer besser Ich weiß nicht wer Na hier sind wir Okay dann sind wir echt beim letzten Mal Beweilaufen Ja wir warten jetzt ja schon bis hier die Bomben explodieren Und dann können wir gerne unsere Salamander Flos schicken So Ich bin weg Heheh he He Hey He He Das läuft jetzt aber hier nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Das heißt, ich muss jetzt erstmal ein bisschen sortieren. Du kommst mit, du kommst nicht mit, denn ich werde jetzt hier nur diese Rollis nehmen. Ich nenne jetzt einfach mal Rollis. So, ihr stellt euch da hin. Du kommst mit. Und stellt sich da hin, so. Alter, Kamera. Und ich glaube, manchmal machen wir das hier mit Absicht. So, du da hin. Das hier erstmal abwechselnd nehmen. Da schon wieder. Und nochmal. Also so hat das echt keinen Sinn. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt da hin einschicke. Okay. Ich gucke da hin. Die Kamera dreht sich wieder nach links. Wieso? Wo ist der Sinn dahinter? Ich kriege hier die Krise. Also Overlord, ne? Was das angeht. Bitte. Nimm dir da... Okay. Beispiel ist jetzt wahrscheinlich unpassend. So. Die drei... Nein. Mies. Na, alter! Daher. Würde ich mir eins... Zwei. Okay. Das sind nur noch die. Und die beiden würde ich jetzt auch noch gerne nehmen. So. Und damit möchte ich jetzt hier gerne eine Rollattacke durchstarten. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir machen es auf die Altmode Shard. Hat mir hier ein bisschen zu lange gedauert. Danke für die Energie. So. Du hast es nicht vergessen. Ich habe natürlich wie immer die blauen. Die beiden Shag haben jetzt hier irgendwo verloren. Wird wahrscheinlich... Ja, das war da. Da hat sie eine Rote. So. Na, wo bleibt die Bombe? Keine Bombe? Ist ja langweilig. Naja. Den Dunkelkristall haben wir auch bekommen. Wir haben jetzt endlich sieben. Okay, wartet mal. Da kann schon noch Energie drin sein. Das war leider nur Mana. Okay. Hier runter. Nutzt eure Salamander für die Wichtlöcher. Versenkt ihnen ordentlich den Hintern. Oh. Ohoho. Oje mi. Oje mi. Nee. Nice. 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 Good night. So. Wow. Also, hat sich echt gelohnt. Will mir jemand wieder was bringen? Anscheinend nicht. Wunderbar. So. Energie aufladen. Und weiter geht's. Entschuldigung, wenn ihr jetzt was draußen hört, das ist leider gerade hier so ein komisches Kehrfahrzeug, da noch gerade früher am Morgen. Circa um 8 Uhr haben wir angefangen, ein paar Minuten früher und ja, jetzt haben wir 9 Uhr, logischerweise. So, hier wollen wir auch drüber. Scherven, befreien wir auch mal, obwohl ich denn was sind wahrscheinlich nur noch Orbs. So wie ich es mir gedacht, nur noch Orbs. Es gibt nichts als Orbs von ihnen üblich. So schrecklich. Aber, weiter geht's. Fangen wir noch mal die Prinzessin, ob sie uns noch was von ihrer Macht abgibt. Was gibt's da noch? Ach so, ja, wir müssen zurück. Sprich, ab in den Aufzug. Schnee, schnee, so. Wenn wir jetzt nicht mehr nach Nordberg gehen. Keine Zeit zu verlieren, Herr, das Kaiserreich ist fast da. Kehr zur Königin Fingert zurück und findet heraus, ob sie weiß, wie ihr das Turmherz vollständig aufladen könnt. Schnell. Ja, hoffentlich weiß ich das. Meine Angebetete, wo bist du? Wie komme ich zu dir? Ich werde mich ja mal hier langlaufen. Ach, schau mal an, wer da ist. Ach. Schau mal an, wer da ist. Und so sollte es dann eher heißen. Wir müssen uns wieder neu formieren. Sprich, wir werden... Alter. Jetzt bleibt ihr da an so einem blöden Ding hängen. Sie greifen an! Sie greifen an! So, wir sind jetzt mal hier ein bisschen böse. Wir töten die Penner. Besser, sie sterben durch mich als durch jemand anderes. Führt euch geschmeichelt. Bla, bla, bla. So. Alter, ich will auf den Roten. Rot. Nicht blau und auch nicht grün. Bläu und auch nicht grün. So. So sieht jetzt mein Trupp aus. So soll er auch bleiben. Die blauen lassen wir das Ding da tragen, das Turmherz. Was soll sich das mal leben? So hat die Roten. Können die von hier aus da auf die schießen? Können sie in der Tat. Wir lassen jetzt einfach mal hier oben stehen. Zumachen. Damit die gleich helfen können. Slawel! Ja, wie geht's, alle? Vielen Dank.